Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Speed Build und es geht um ein Apartment. Und die Person, die hier einzieht, ist die Person, die quasi der Vater von dem Kind ist, von dem Speed Build, was wir zuletzt gemacht haben, von dem Starterhaus in Willow Creek. Das werde ich auch am Ende nochmal verlinken, falls euch das vielleicht interessiert, wie das aussieht und so weiter. Jedenfalls habe ich jetzt den Vater auch erstellt, der ist ja, das kommt ja alles in meinen Safe-File, den ich ja gerade am Machen und Tun bin. Und ja, jedenfalls, das ist der Vater, der hat sich scheiden lassen, der hat die Mutter und das Kind alleine gelassen, weil er sich halt einfach nicht in der Verantwortung sieht, sich für das Kind zu kümmern. Es ist eine krasse Geschichte, okay, es ist nicht toll, aber ich möchte den Safe-File möglichst realistisch gestalten, so was halt sowas angeht. Deswegen kommt natürlich auch sowas vor. Ist dann jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber... Ja, ich meine, wir wissen ja schon, dass die Mutter, die Familie Bär, dass sie mit dem Kind sehr gut klarkommt und ich meine, sie haben trotzdem immer noch ein eigenes Haus mit ganz guter Einrichtung. Deswegen, sie kommen ja ganz gut über die Runden, deswegen ist das nicht so schlimm. Er hat sich jedenfalls eine gute Wohnung rausgesucht, denn er hat mehr Geld zur Verfügung als die Familie Bär. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, ehrlich gesagt. Ich bin auf jeden Fall ein Profi, muss ich dazu sagen. Kann es auf jeden Fall nicht anders sein. Jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, die Wohnung schwarz-weiß einzurichten, weil, ja, ich denke, dass es halt eher modern aussieht und ich denke, dass das eher das ist, wo ich ihn sehe. Also, es gibt natürlich ein paar Farbakzente, aber grundsätzlich sind die Möbel und alles sind größtenteils schwarz und weiß. Ja, das ist natürlich in Samaishuno. Ich glaube, das ist das eine Apartment oben links, wenn man in die Stadt reinkommt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist ja auch relativ egal. Wenn ihr später oder ich später in einem Let's Play oder irgendwas, wenn wir dann diesen Save-File benutzen, dann finden wir das schon heraus. Jedenfalls, ja, hatte ich auf jeden Fall halt Lust, auf ein Apartment zu bauen, weil es natürlich schneller geht, eins zu ein Haus oder eine Renovierung oder was auch immer. Deswegen dachte ich so, okay, weil da musst du nicht gucken, wegen Dächern und wie die Räume angeordnet sind. Also, so komplett deswegen. Und außerdem wohnt hier jetzt ja nur eine Person. Deswegen wurde halt auch nur ein Schlafzimmer etc. Es muss nur auf eine Person, dass man Rücksicht genommen werden im ersten Moment. Und ja, deswegen, ja, weil ich habe zur Zeit halt nicht so viel Zeit, beziehungsweise Zeit geht sogar. Aber das Problem ist halt einfach, dass ich einfach super angestrengt und erschöpft von Schule und so weiter bin und von auch Sachen privat und so, dass ich es nicht hinkriege, dass es jetzt zu was Krasserem kommen kann. Also, ich meine, wenn ich es schaffe, dann mache ich es natürlich. Aber in letzter Zeit ist das eher schwierig. Also, beziehungsweise, ich mache es ja trotzdem so. Ich möchte das ja auch, aber wenn ich es nicht hinbekommen sollte, dann mache ich mir natürlich auch keinen Druck. Also, wenn sich jetzt irgendwer Sorgen macht, tut es nicht. Ich werde mich nicht überanstrengen oder irgendwas. Wenn irgendwas ist, dann gebe ich ja auf Twitter Bescheid. Aber an sich möchte ich trotzdem natürlich, dass meine Videos sehr, sehr regelmäßig kommen. Und das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Auch wenn es jetzt vielleicht nur so ein Apartment-Build ist oder so eine Toddler-Toilette-Challenge wie letztens, die natürlich sehr einfach gemacht ist und schnell. Aber ich finde, es ist halt trotzdem in meinen Augen ein gutes Video. Deswegen, also, ich würde nichts hochladen, wo ich jetzt irgendwie unzufrieden wäre. Also, ich bin, solange ich zufrieden bin, werde ich es hochladen. Deswegen, ja. Weiter nochmal zu der Geschichte. Ich werde halt wahrscheinlich noch eine Frau erstellen, die halt ein bisschen anbändelt mit dem Mann. Also, ich habe den Mann per Story erstellt. Der ist halt auch sprunghaft und nicht so kokett eigentlich. Deswegen, muss ich gucken, ob ich das wirklich so machen will. Aber, ja. Eigentlich halt doch eher nicht so, wenn ich so weiter darüber nachdenke. Singen lassen wir das vielleicht doch. Aber, ähm, wäre das, wäre, hätte andere Trades, dann wäre das eine Überlegung wert gewesen. Aber, ja. Das ist jetzt insofern nicht möglich. Aber, das ist absolut fein, auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall recht zufrieden mit der Wohnung. Ich habe, glaube ich, vergessen, ähm, Lichter, die Lichter auszutauschen. Aber, ich finde, die Lichter, die da gerade hängen, sind, ähm, auch passend. Und, was mich vor allem gestört hat an diesem Apartment, ähm, das wird dann ja bei dem anderen Apartment, was ich dann ja noch einrichten muss, wird das auch super, super anstrengend werden. Denn, ich hasse es, dass da so hohe Wände sind. Das, das macht es halt wirklich schwerer einzurichten, weil es irgendwie immer leer aussieht. Auch wenn du vielleicht viel stehen hast und so weiter. Aber, Lea Simsi sagt das ja auch immer, dass, ähm, dass man einfach die kürzesten Wände nehmen sollte, ähm, damit das halt immer gemütlich und gut aussieht. Und, ich bin da ganz bei ihr. Ähm, deswegen, ja, bei den Häusern, die ich sonst bauen werde, werden das auch nur kurze Wände sein. Aber, ähm, in Apartment kann man die ja nicht verändern. Deswegen müssen wir jetzt wohl damit leben. Ähm, aber, Dinge passieren und man muss sie halt so hinnehmen. Deswegen, äh, ja, passt schon, ne? Ich meine, ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte gerade irgendwas sagen, was so richtig intelligent ist, aber dazu kamen wir nicht. So, und, ähm, ab der nächsten 100 Baby-Folge ist halt auch wieder mein Hund nicht mehr in der Transportbox drin. Und, das sah nämlich schon irgendwie brutal aus, finde ich. Also, es ist natürlich auch fies, sie einzusperren. Aber das Problem ist halt, dass sie, ja, sehr aktiv ist. Auch trotz dessen, dass sie da ja jetzt eine Narbe hat und so. Und deswegen war das jetzt so ein Problem. Ähm, wurde jetzt der Tüpfel gezogen. Ähm, ja. Und jetzt darf sie halt zumindest, wenn ich da bin, wieder frei rumlaufen. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, wenn ich halt unterwegs bin, soll ich sie noch da reinpacken, weil da kann ich ja nicht kontrollieren, ob sie jetzt viel springt oder nicht. Weil, wenn ich da bin, kann ich sie eher unterbieten, so. Also, ich kann ihr dann sagen, so, juhu, das geht so nicht. Und dann macht sie das ja auch so. Sie hört ja auf mich. So ist ja nicht. Ja. Jedenfalls chillt sie jetzt wieder außerhalb. Und es ist halt schön, sie wieder im Bettchen schlafen zu haben und so. Und nicht nur jetzt in so einer komischen Box zu hängen. Ja. Also, ich bin froh, dass sie jetzt wieder da ist quasi. Also, ich meine, sie war ja vorher auch da, aber dadurch, dass sie sich ja dann kaum bewegt hat, dadurch, dass sie es ja nicht konnte, weil in der Box natürlich nicht so viel Platz ist, ähm, ja. Hat man sie halt auch nicht so wahrgenommen, so. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, schon wahrgenommen, so, weil sie war ja trotzdem da. Ja, aber, ähm, eher so, nicht so ganz, weil sie hat halt quasi ja wirklich nur geschlafen. Sie schläft ja sonst eigentlich den ganzen Tag nur, aber, ähm, anders. Also, sie liegt ja an anderen Plätzen, wo man halt mehr sieht hier, da, da, weiße. Anders ist es halt ja jetzt hier nicht so, weil sie ist ja hinter mir und da gucke ich ja nicht so oft hin, unbedingt. Außer, wenn ich jetzt rausgehe oder so, weil da ist ja dann auch mal eine Tür in der Richtung. Deswegen, ja. Gut, wir gucken uns jetzt noch die Screenshots an von dem wunderschönen Haus. Und ich bin, wie gesagt, schon ziemlich zufrieden. Also, mir gefällt es. Es ist irgendwie schon nochmal ein bisschen anders, als was ich sonst mache. Aber, ich finde es cool. Ähm, ich würde gerne demnächst mal wieder was farbenfroheres bauen, wenn ich halt zum Bauen komme. Deswegen freut euch darauf auf jeden Fall. Und, ja, ich würde jetzt sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Sagt mir, wie euch das Apartment gefällt. Bis dahin und Tschüss!